Ja, und schließlich der letzte Teil der Zitate und der Kommentare aus der Avalutera Gita. Das siebte Kapitel, die Weisheit. Wie gesagt, die nummerierten Aussagen und die dazugehörigen Kommentare. 1. Als ich als Pilger begann, zu dir zu reisen, da starben meine kleinen Vorstellungen von der Alldurchdringung des Selbst. Wenn hier gesagt wird, kleine Vorstellungen, dann bezieht sich das auf unser menschliches Denken. Und das ist oft sehr eng, das ist sehr begrenzt. Und der Sinn dieser Avalutera Gita ist, uns eine Vorstellung, zumindest eine Ahnung davon zu bringen, was eigentlich ist. Das ist ja der Sinn dieser Darstellung. Also in das Absolute, ein Stück in das Absolute zumindest sich hineinzufühlen, zu spüren, eine Ahnung davon zu haben, eine Befindlichkeit. Wenn du das jetzt zum Beispiel durch diese Zitate wahrnimmst, sich darauf einzulassen, auf diesen Fluss und nicht rational zu argumentieren. Die rationale Argumentation ist sehr begrenzt, aber eben trotzdem, das ist interessant für uns als Menschen, eine Ahnung davon zu bekommen, was es bedeuten könnte. 2. Als mein Geist begann, über dich zu meditieren, verlor er jedes Interesse an Gegenständen. Als meine Zunge begann, dich zu loben, verlor sie die Kraft, andere zu loben. Ich vergaß meine drei großen Sünden. Also all diese Konzepte, die wir haben im Leben, all diese Vorstellungen, all dieses Wissen, diese Konditionen, diese Bedingungen, diese Verflechtungen, diese Moralzustände, diese Tugendhaftigkeiten, die wir anbeten und so weiter, sind alle zwecklos, sinnlos eigentlich auch. Aber unser Geist kann trotzdem beginnen, über das eben zu meditieren, also sich immer wieder in eine Versenkung zu begeben, in einen Zustand der Bedingungslosigkeiten zu begeben, um das zu ermessen. Um zumindest, wie ich sagte, eine Ahnung davon zu bekommen, also irgendwo durchdrungen zu sein, um zu sehen, ist da was dran oder ist da etwas nicht dran. 3. Derjenige, dessen Intellekt nicht mehr von Wünschen und Vergnügungen angezogen wird, dessen Natur freudig und mitfühlend geworden ist, der selbst in seinem Herzen keine Vorstellung von Besitz hat, der in allen Dingen stets friedvoll und höchst gemäßigt ist und sich von keinerlei Ereignissen und Begebenheiten bewegen lässt, diese große Weise nimmt Zuflucht zum Selbst. Es geht ja immer wieder um die Darstellung des Selbst, des eigentlichen Selbstes. Also weit jenseits des psychologischen Begriffes von Selbst. Immer wachsam, feierlich wie der Ozean und voller Geduld. 4. Wer die Gefühle der Lust, des Zorns, des Geizes, der Anhaftung, der Eitelkeit und der Abneigung besiegt hat, der ist der Frieden selbst und frei von allem Stolz. 5. Tüchtig in seinen Unternehmungen voller Mitgefühl ist der Weise, der vielen, nicht allen Mitleid schenkt, gegen niemanden Feindschaft hegt. 6. Er erträgt geduldig Hitze und Kälte und sieht das eine Selbst, das alle Körper erleuchtet. Er wandelt einsam wie ein Nashorn, losgelöst, feierlich und friedlich. 7. Er ist ein Ozean der Wahrheit geworden und ist immer mit der Arbeit der Barmherzigkeit beschäftigt. 8. So ist der Abadut, frei von Geburt und Tod, also ewig immer da seind in dieser Bewusstheit. 9. Und hier auch erträgt geduldig Hitze und Kälte und das könnten wir beliebig ausweiten auf alles Dualistische oder Polare, gegenständliche, also widersprüchliche, Gegenteilige. Das Gegenteilige ist ja das, was uns im Leben sehr bewegt und eben auch die Dynamik spüren lässt. Aber all das ist jenseits davon, durchdrungen von dem Absoluten, darum geht es ja hier immer wieder. 7. Die Kenner der Wirklichkeit werden die Bedeutung des Wortes Abadut an den vier Buchstaben erkennen, die es bilden. Nämlich hier in dem Fall A, V, D, H und T. 8. A steht für die Freiheit von den Schlingen der Hoffnungen und Erwartungen. Rein am Anfang, in der Mitte und am Ende. Verschmolzen in der Selbstglückseligkeit. 9. V steht für die Entwurzelung aller Begierden, nach Vergnügen, subtil oder materiell und für das Leben in der Gegenwart als allgenügend, wobei die Gegenwart die Ewigkeit ist. Das ist ja das, worauf ich auch immer wieder hinweise. Die Gegenwart, die absolute Gegenwart, der Punkt der Gegenwart, der Mittelpunkt der Gegenwart ist die Ewigkeit. Weil das ist zeitenlos. Das ist der Nullzustand an sich, in den wir durch das Gegenwärtige immer wieder eindringen und dadurch eben uns dem tatsächlich nähern. Das ist der Sinn von dem Hier und Jetzt. Gerade jetzt, das in diesem Moment, findet das statt und im nächsten Moment ist es schon wieder anders und im nächsten Moment wieder anders und so weiter. Und das hat etwas mit Ewigkeit zu tun. Das ist keine Bedingtheit, das ist das absolute Sein. 10. DH ist der physische Körper, bedeckt mit Schmutz und Staub, aber mit einem immer reinen Geist und einer immer still und einem immer stillen Herzen, das über Kontemplation und Meditation steht. 11. T ist die unaufhörliche Kontemplation der ewigen Wahrheit und Gleichgültigkeit. 12. Wehe denen, die dieses Wissen um die Weisheit des Selbst aufgeben, das in sich selbst ewige Freiheit und Freude in allen Welten begründet und sich den Bereichen des begrenzten Vergnügens und der Unwissenheit zuwenden. 13. Diejenigen, die diese ewige Glückseligkeit zu erlangen und sie durch ihre Lehre anderen mitzuteilen wünschen, müssen alle sinnlichen Vergnügungen aufgeben, insbesondere jene, die aus der sexuellen Vereinigung entstehen. 14. Also das ist das Ende der Libido quasi oder sagen wir mal, die ist eben dann nicht vorteilhaft dafür, weil sie natürlich immer wieder einen Seinszustand schöpft und natürlich wichtig ist für uns als Menschen, aber eben das ist jenseits davon. Wir brauchen das dann nicht mehr oder es wäre jetzt nicht mehr notwendig. Es ist also auch nichts, was man in dem Sinne loslassen muss und dann das bedauert. 14. Der Körper besteht aus unreinen Elementen, also aus Blut, Fleisch, Knochen und dergleichen. 15. Wehe denen, die darin hängen und dem ewig glückseligen Selbst gegenüber gleichgültig sind. Das ist ja das, wir identifizieren uns sehr stark mit unserem Körper, mit unseren Organen. Das ganze medizinische System besteht daraus, letztendlich. Und es ist eigentlich obsolet in dem Sinne, weil da ist ja etwas ewiges Dasein, das im Seinszustand, in diesem Selbstzustand, das ist ja die Botschaft. 15. Es gibt drei Arten von Wein, hergestellt aus Sirup, Getreide und Honig. Aber es gibt eine vierte, die dunkelste von allen, den Wein des Geschlechts, der die ganze Welt berauscht hat. Das Geschlecht, das uns anzieht. Wir sind immer wieder angezogen von etwas, vom Gegenpol, nicht von der Antipode, anima, animus, was auch immer wir dazu sagen. 16. Wenn der Geist unkontrolliert ist, dann leidet auch der Körper, der das Objekt der Zuneigung für den Unwissenden ist. Der Körper ist das Objekt der Zuneigung für den Unwissenden. Und wenn der Geist kontrolliert ist, dann bleibt auch der Körper in gutem Zustand. Also auch hier dieses ganzheitliche Verständnis. Wenn der Geist tatsächlich gut formiert ist, dann erhält sich auch der Körper. Dann brauchen wir keine Medikamente, keine Zusatzstoffe, keine Operationen, was auch immer. 17. Also, ihr alle, die ihr die Weisheit liebt, schützt euren Geist vor Gefühlen der Freude und beschäftigt ihn mit spiritueller Weisheit. Darum geht es ja hier. 18. Dies ist das Lied Gita, des Großen, der Tadraja Avaduta. Diejenigen, die es mit respektvoller Aufmerksamkeit lesen und hören, werden hier auf Erden nicht wiedergeboren. Gesegnet bin ich, in Freiheit bin ich. Ich bin das Unendliche in meiner Seele. Ich kann keinen Anfang und kein Ende finden. Alles ist mein Selbst. Das ist das Ende dieser Zitate und auch dieser Kommentare. Und wie gesagt, das war das siebte Kapitel, der Abschluss. Die Weisheit. Die Weisheit. Das ist das Ende der Zitate. Das ist das Ende der Zitate. Und wie gesagt, das ist das Ende der Zitate. Untertitelung des ZDF, 2020